Die Stadt Hameln wollte wissen, wie viele ortsbildprägende Bäume sie hat. Deshalb sollte ein Gutachter die einfach mal zählen und einen Baumsteckbrief erstellen. Und weil das ja nicht so viele Bäume sind, sollten fürs Gutachten 8500 Euro reichen. Das war der Plan. Allerdings? Man hat sich völlig verplant und deshalb sind die Kosten um 1400 Prozent in die Höhe geschnell. Statt 8500 auf über 130.000 Euro. Das ist unfassbar. Das Baumgutachten ist ein Tick teurer geworden. Die Stadt dachte nämlich, es gebe 800 ortsbildprägende Bäume. Es waren aber 16.000. Deshalb kostet das Baumgutachten jetzt nicht mehr 8500, sondern 130.000 Euro. Und das verursacht bei manchem Steuerzahler, sagen wir, leichten Schwindel. Das ist natürlich ein Witz, warum wir uns nicht drüber noch zu unterhalten. Da muss ich sagen, einfach ein bisschen schlampig gearbeitet. Ja, dass die Stadt den Wald vor lauter Bäume nicht sah, ist ihr natürlich auch etwas peinlich. Deshalb wollte sie lieber kein Interview geben. Aber eine Sprecherin meinte, das ist natürlich alles etwas unglücklich gelaufen. Wir sind aber von einem ganz anderen Baumbestand ausgegangen. Ja, blöd. Die Stadt Hameln hat nämlich die Zahlen aus der Baumschutzsatzung von 1988 genommen. Und dass seitdem einige neue Bäume in Hameln gewachsen sein könnten, kann ja keiner ahnen. Wie gesagt, 16.000. Wie soll man die auch sehen? Die Überraschung war ja dann, als die erste Teilrechnung reinginging im Rathaus, dass man gemerkt hat, wir kommen mit dem Ansatz nie und nimmer hin. Und das war ja ein, wie soll man sagen, das war eine erste Erleuchtung, die da im Rathaus kam. Ja gut, eine etwas frühere Erleuchtung, wie ein Kostenvoranschlag wäre natürlich noch besser gewesen. Aber auch eine Stadtverwaltung kann ja nicht an alles denken. Wir haben so ein paar, wo viele schlaue Köpfe in Hameln sitzen. Ich weiß nicht, ob die so schlau sind. Immerhin wissen wir, im nächsten Frühjahr schlagen in Hameln 16.000 Bäume aus. Und wer will das wissen? Naja. Danke, Nina Reckemeyer und Martina Hauschel. Und damit herzlich willkommen zum realen Irrsinn XXL. Wir freuen uns so. Ja, wir haben so schöne Filme. Wir freuen uns heute ganz besonders. Weil wir freuen uns übrigens heute über 80.000 Zuschauer im Studio. Und bis zu 14 Millionen Freunde zu Hause. Gut, es können natürlich ein paar weniger sein. Egal. Wir orientieren uns an einer Schätzung, die wir in Hameln in Auftrag gegeben haben. Für eine halbe Milliarde Euro. Schnäppchen. Mein Name ist übrigens Barbara Ruscher. Ich bin Ihre Gutachterin für heute Abend. Und bei diesen Themen bitte ich Sie gut, Acht zu geben. Extra 3 Spezial. Heute außerdem der Shop der Leibniz-Uni Hannover geht walsenmächtig auf den Keks. In Köln kommt man an dieser Werbung einfach nicht vorbei. Und hier sorgt ein Umleitungsschild für komplette Verwirrung. Jetzt der reale Irrsinn XXL. Ja, das wird ne Sendung. Das wurde einfach spitze. Man könnte sagen, das wird mega. Bleiben wir zunächst mal in Niedersachsen. Niedersachsen, das Land von Golf und Gülle, von Weser und Winterkorn. Von Friesland und Fischteichheizung. Von Ems und Ex-Kanzler, von Meppen und Millionenabfindungen. Niedersachsen hat gewählt. Die SPD wird stärkste Fraktion. Martin Schulz war wegen des Wahlsieges völlig konsterniert. Ist das noch seine SPD? Die SPD ist nicht gezwungen, mit der CDU zu koalieren. Die Roten könnten auch mit den Gelben oder den Grünen zusammenkommen. Eine klassische Hämatom-Koalition. Vieles ist ja noch unsicher im Land, wie es weitergeht, welche Koalition etc. Aber eines ist klar. Ich würde unseren gemeinsamen Ministerpräsident nicht als Elefanten bezeichnen. Ja, klar, ich auch nicht. Die meisten von Ihnen nicht. Warum auch? Auch der nächste Streit in Niedersachsen wird in der Landeshauptstadt Hannover ausgetragen. Hannover kennen Sie vielleicht? Vielleicht, oder wie wir seit Kurzem sagen, Gazprom City? Wikileaks war gestern. Wir öffnen jetzt die Akte Wikikeks. Die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in Hannover, benannt nach dem berühmten Philosophen, Lernstätte für rund 28.000 Studenten. Und die mögen ihre Uni. Damit die Studenten das auch zeigen können, hat die Leibniz Universität extra einen Shop eröffnet. Da kann man Leibniz T-Shirts und Leibniz Pullover kaufen oder Leibniz Kugelschreiber. Auch online auf leibnizshop.de. Doch dem Uni-Präsidenten geht jetzt einer auf den Keks. Ich kann sagen, dass Balsen gerne die von uns geschützte Marke oder Domain, das heißt leibnizshop.de, haben möchte. Die Firma Balsen verkauft nämlich auch was mit dem Namen Leibniz, den Keks, nur echt mit 52 Zähnen. Leider haben sich dort alle verkrümelt. Niemand wollte mit uns sprechen, aber immerhin gab es was Schriftliches. Viele Konsumenten in Deutschland verbinden mit Leibniz nicht nur den berühmten Universalgelehrten, sondern auch die Kekse, die nach ihm benannt wurden. Bei Leibniz Shop erwarten viele Konsumenten Produkte aus unserem Haus. Genau. Wer online Leibniz Kekse kaufen will, könnte aus Versehen eine Leibniz Tasse kaufen oder eine Leibniz Quietscheente. In diesem Bereich, schauen Sie sich den Shop an, finden wir nichts an Keksen, finden wir nichts an Schokolade oder Ähnlichem, mit dem Balsen sein Geld verdient. Also wir sind nicht in der Produktlinie von Balsen unterwegs. Nö, Ihre Artikel haben ja auch keine 52 Zähne. Trotzdem macht Balsen jetzt ernst und hat Klage eingereicht. Schließlich geht es nicht um Peanuts, sondern um Kekse. Wir gehen davon aus, dass das Gericht unsere Rechtsauffassung bestätigt. Tja, da kann sich die Leibniz-Uni schon mal warm anziehen und eng wird es wohl auch für die Leibniz-Apotheke. Das Leibniz-Theater, die Leibniz-Schule, Leibniz-Beauty und Gottfried Wilhelm. Leibniz selbst, der hatte schließlich auch keine 52 Zähne. Die hat nur der berühmte goldene Leibniz-Keks vor der Balsen-Zentrale. Obwohl, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, ne, 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 33? 34! Der ist ja dann wohl auch nicht echt. Der Keks, den hätt ich gerne mal. Balsen ist wirklich toll. Nur echt mit 52 Zähnen. Das kann man ansonsten nur vom Weißen Hai oder Stefan Raab bauen. Ja, wie heißt es so schön bei Balsen? Erst wenn der letzte Keks gerodet, die letzte Waffel zerstört, der letzte Schoko-Überzug vernichtet wurde, werdet ihr sehen, dass man Kugelschreiber nicht essen kann. Wenn der alte Leibniz diesen Streit mitbekommt, der dreht sich im Grabe um. Ich meine, der war zwar Mitbegründer der Aufklärung, aber was so eine Klage bezwecken soll, das kann selbst Leibniz nicht aufklären. Hat den eigentlich mal irgendjemand gefragt, ob er testimonial sein will für einen Keks? Quasi die Verona Poth des 18. Jahrhunderts? Und was sagen die anderen alten Werbeikonen? Was sagt Bismarck zu seinem Hering? Mozart zur Kugel und Schiller zur Locke. Oder hieß es Glocke? Man weiß es nicht. Was wäre, wenn sich solche Klagewellen durchsetzen? Putin verklagt russisch Brot. Vespa verklagt die Band Scooter. Und was sollen erst die Eulen sagen zum Thema Uhu? Werbung, ne? Die darf anscheinend alles. Vor allem in Köln. Unser Platz 5. Gute Werbung in Köln muss wirken. Nicht verloren auf der Straße oder einsam am Rande des Gehwegs. Nein, Werbung muss auch mal im Weg stehen. Da will man ungehindert ins Büro. Und dann steht man hier mitten auf dem Bürgersteig vor so einer Werbetafel. Was haben die sich dabei gelacht? Gar nichts. Oh doch, diese Werbetafel ist ein echter Hingucker. Also wenn man rechtzeitig hinguckt und schnell genug vom öffentlichen Weg auf ein Privatgrundstück ausweicht. Das ist eine Impertinenz, wie ich sie in 13 Jahren meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Bezirksbürgermeister der Innenstadt noch nicht erlebt habe. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Das ist doch nicht impertinent. Das ist ein kleiner Service für produktinteressierte Fußgänger. Kaufe das, sonst kommst du hier nicht vorbei. Und das kann es nicht sein. Fragen Sie, ob das privat hingebaut worden ist oder ob die Stadt dem zugestimmt hat. Fragen wir doch mal die Stadt Köln. Mit ihrer Werbekampagne Sag's Uns will sie über Mängel im Stadtbild informiert werden. Als ob eine Werbetafel hier ein Mangel sei. Fakt ist jedoch, dass für die Werbeanlage eine Baugenehmigung vorliegt. Die Abstandsflächen nach § 6 Bau-ONW wurden eingehalten. Eben, alles eingehalten. Total, ups, vorschriftsmäßig. Die Stadt will, dass man gut informiert ans Ziel kommt. Aber der Fußgänger oder die Fußgängerin kommt hier nicht so gut ans Ziel, wenn sie in die Innenstadt will. Um diese Werbung kommt keiner drumherum. Also nicht ohne Mühe. Das hat die Stadt nun auch gemerkt. Nach einem ersten Ortstermin sollen nun ein für alle Beteiligten kluger Alternativstandort gefunden. und die Werbeanlage kurzfristig versetzt werden. Aber wir sehen, steht ja heute noch da. Wo soll die Tafel auch sonst hin? Hier etwa? Oder hier? Ja, warum eigentlich nicht, wenn das keine Werbung für Köln ist? Ein Film von Daniel Sprenger. Vielen Dank. Wahnsinn. Im Grunde gibt es nur ein Produkt, das auf so riesige Werbung geht. Und das ist Christian Lindner. Die Frage ist doch, war das eben noch eine Werbetafel oder ist das schon die nächste innerdeutsche Grenze? Eigentlich sollte Werbung ja in den Kopf gehen und nicht der Kopf gegen die Werbung. So penetrant und aufdringlich sind sonst eigentlich nur die Zeugen Jehovas. Als ob die Kölner nicht schon genug gebeutelt wären als einzige Stadt mit einem Fußballclub, bei dem der beste Mann auf dem Platz eine Ziege ist. Köln hat schon so viele Schlagzeilen gemacht. Ja, da klatschen die! Natürlich! Da klatschen die Abburger! Da klatschen die Abburger! Und da schwimmen, das ist schön und die Telekom in Bonn besuchen. Ja, manche machen das alleine schon deshalb, weil sie telefonisch nicht durchkommen. Bitte warten. Please hold the line. Bitte warten. Please hold the line. Haben Sie schon mal versucht, bei der Telekom einem Unternehmen, das mit Telefonaten sein Geld verdient, anzurufen? Vielleicht sogar mit einem Problem? Vielleicht sogar mit dem Problem, dass man nicht telefonieren kann? Früher gab es das nicht. Da hatten wir keine Handys, die keinen Empfang hatten. Wir hatten Telefonzellen, die kaputt waren. Das war schön, Telefonzelle. Das ist praktisch ein Dixi-Klo, auf dem man telefonieren kann. Aber ein paar Sachen waren an Telefonzellen sicher. Meine Top 3. Ein oder mehrere Mitbürger hatten Pipi reingemacht. Er konnte sich drauf verlassen. Innen an der Scheibe stand, Moni ist ne Schlampe. Außen an der Scheibe stand, außer Betrieb. In Hetzerath bei Trier, da gibt's noch ne Telefonzelle. Muss man sich mal vorstellen, eine ausrangierte. Schauen wir mal, wie die Telekom es trotzdem noch schafft, die Bürger damit auf die Palme zu bringen. Daniel Sprenger und Klaus Deckert mit Platz 4. In Hetzerath, da gibt es sie noch, die gute alte gelbe Telefonzelle. Eine Stadtmöblierung mit Seltenheitswert. Wir werden immer wieder beneidet, dass wir noch ein solches Altertümchen hier am Ort stehen haben. Und das Altertümchen soll hier bleiben, auch wenn es als Telefonzelle demnächst ausgedient hat. Wir würden mit der Telefonzelle gerne in öffentlichen Bücherschrank machen. Wer alte Schmöger hat und die nicht wegwerfen will, kann die da reinstellen. Und dann kann man die ausleihen, kann die mitnehmen. Gratis tauschen, ne gute Sache. Die Telefonzelle ist schon da. Müssen, wie in diesem Beispiel, nur noch Bücher rein. Und fertig ist der Bücherschrank. Total einfach, dachten die Hetzerather. Bis sie mit einem Vertreter der Telekom-Kontaktaufnahme. Die entsprechende Person hat mich dann angerufen und hat mir dann klargemacht, dass ich mich also von diesen Träumen verabschieden könnte. Denn so einfach sei das nicht. Nein, so einfach ist das nicht. Die Telefonzelle aus Hetzerath muss nämlich wie alle ausgedienten Modelle erst einmal nach Michendorf bei Potsdam transportiert werden. Das ist ja nur 670 Kilometer entfernt. So will es die Telekom. Daher ist es nicht möglich, gebrauchte Telefonhäuschen von einem anderen Standort aus zu verkaufen. Genauso ist es leider nicht möglich, Telefonhäuschen von bestehenden Standorten zu übernehmen. Also, wenn die Hetzerather ihre Telefonzelle von dem bestehenden Standort nach Michendorf transportieren, müssen sie sie dort im Lager abliefern und kommen so ihrem Bücherschrank doch näher. Wir könnten dann auf dem Lager in Potsdam eine Telefonzelle haben, aber nicht unsere gelbe. Ja, äh, warum? Wir verkaufen ausschließlich Häuschen, die schon lange in Michendorf stehen. Und eines dieser Modelle muss dann quer durch Deutschland zurücktransportiert werden nach Hetzerath. Aus meiner Sicht Schildbürgerstreich, typisch Bürokratie. Es ist einfach nur Schwachsinn. Nein, das ist auf alle Fälle nur nicht so einfach mit der Zelle. Die sind super zummellend. Ach, herrlich. Eine alte Telefonzelle, Hunderte Kilometer sinnlos durch Deutschland zu fahren. Oder wie es die Telekom nennt? Das ist Mobilfunk. Das ist so. Man kann das nicht beschönigen. Das ist so. So, stellen Sie sich mal vor, jetzt, stellen Sie sich mal vor, das alles hier wäre eine Wüste. Hier komplett, ja? Hier wieder Wüste, hier eine Oase und da unten, hier, also ganz breit, hier wieder Wüste. Und genau hier in der Mitte wäre ein kleines Stück ausgebauter Weg. Schwachsinn, oder? In der Wüste schon, in Chemnitz nicht. Am Chemnitzer Sträßchen Morgenleite läuft es super. Denn hier hat die Stadt für 12.000 Euro diesen praktischen Gehweg gebaut. Das sind unsinnig Eis. Warum das denn? Nur weil er mitten an der Straße anfängt und nach 42 Metern plötzlich wieder aufhört? Bescheuert. Er müsste eigentlich bis runtergehen zur Siedlung, wo man eigentlich auch benutzen kann. Äh, nein. Diesen Schritt hat sich die Stadtverwaltung genau überlegt. Voranzustellen ist nochmals, dass es nicht vorgesehen war oder ist, über den Zugang hinaus einen Gehweg anzubauen. Ab dort findet auf der Fahrbahn ein Mischverkehr statt. Genau. Im Mischverkehr vor und hinter dem Gehweg teilen sich Fußgänger und Fahrzeuge nämlich einfach die Straße. Also ich bin jetzt seit 77 wohin hier. Bin regelmäßig eigentlich durchgelaufen, war nie ein Fußweg. Warum der jetzt hier ist, weiß ich nicht. Aber das ist doch ganz einfach. Denn bei einer Stadtbegehung haben die Behörden festgestellt, dass sich an dieser Stelle Fußgänger und Fahrzeuge bisher die Straße teilen mussten. Dort fand auf der Fahrbahn quasi ein Mischverkehr statt. Das geht gar nicht. Dieser gefährliche Sachverhalt sollte durch die Herstellung eines Anschlussweges kurzfristig abgestellt werden. Das ist eigentlich auch nie, was passiert. Also so lange, wie ich ja will. Was soll das? Was das soll, ist doch logisch. Endlich sind die Menschen hier sicher. Und der gefährliche Mischverkehr zwischen dem anderen Mischverkehr ist kein Mischverkehr mehr. Die haben ja irgendwie zu viel Geld gehabt, das müsste verbaut werden. Dummkämpfe, auf Deutsch gesagt. Wenn so was macht man, dann kann man das für Schulen oder andere Sachen verwenden. Das Geld muss man nicht herstellen. Chemnitz, eine Stadt geht ihren Weg. Danke, Patricia Kumpel und Klaus Struff. Ist das nicht schön? Mischverkehr, ein schönes Wort. Die meisten von uns kennen es eher aus dem Swingerclub. Aber gibt es auch im Straßenverkehr. Eigentlich spiegelt dieser Weg doch eins zu eins den Osten wieder. Den könnte man künstlerisch großartig verarbeiten. Zum Beispiel als Hollywood-Movie wäre das Chemnitz. Irgendwo im Nirgendwo. Oder als Buch. Aus der Mitte entspringt ein Weg. Oder als Soap. Barbara, Wege ins Nichts. Ja, warum nicht? Guck mal. Schauen Sie mal hier, haben Sie das schon gesehen? Das ist eine kleine Markierung. Sehen Sie das? So etwas wird mir hier hingeklebt, damit ich weiß, wo ich stehen muss. Ja, damit ich gut zu sehen bin und richtig ausgeleuchtet werde. Damit Sie zu Hause nicht denken, hat Maria Hellwig sich liften lassen? Warum wird hier geklatscht? Hallo. Das ist hier übrigens die Frauen-Variante. Hier bitte einparken. Das hier ist die von Christian Ehring. Sehen Sie die? Wo ist die Frauenbeauftragte, wenn man sie mal braucht? Steckt wahrscheinlich gerade noch im Mischverkehr. Chemnitz. Oder? Furchtbar. Egal. Solche Markierungen sind auf jeden Fall wichtig, weil wir hier in einem Fernsehstudio sind und alles muss an seinem Platz sein. Fraglich allerdings ist, ob diese Pedanterie auch notwendig ist, wenn man in Berlin-Kreuzberg gemütlich griechisch essen gehen möchte. Platz zwei von Andrea, Eva Wien und Jens Barkhorn. Das ist Georgios Chrysidis. Seit 30 Jahren bewirtet er seine Gäste in Berlin-Kreuzberg. Bei schönem Wetter auch draußen. Nur nicht mehr an diesem Tisch. Das ist jetzt strengstens verbunden. Das sagt das Ordnungsamt Kreuzberg und hat ein Bußgeld festgesetzt in Höhe von 630 Euro. Ich störe ja gar keinen. Bis jetzt kam keiner her. Gleich genug ist auch der Polizeiabschnitt. Ich meine, dann hätte auch jemand was gesagt. Keiner von der Nachbarschaft kam runter und meinte, wir kommen nicht durch oder was machst du Grieche da? Also ich störe keinen. Nein, sie stören wirklich keinen, sondern der Tisch. Der verstößt nämlich gegen ein altes und heiliges Kreuzberger Gehweggesetz. Grundsätzlich darf keiner stehen, weil es eine sogenannte Gehwegvorstreckung ist. Ja, Gehwegvorstreckung. Gehwegvorstreckung ist der Bereich, der rausgebaut worden ist über die normale Bordsteinkante hinaus, so eine Beule, damit die Fußgänger da besser an der Kreuzung über die Straße kommen. Der Tisch verstößt gegen das alte Gehwegvorstreckungsgesetz. Kein Fußgänger würde nur einen Haken schlagen, um an dem Tisch vorbeizugehen oder gestört zu werden. Der würde ja immer geradeaus gehen, an der Hausflucht weitergehen. Und darum stört er hier nicht. Tja, nur leider ist da jetzt Baustelle. Deshalb steht der Tisch wirklich ein bisschen im Weg. Da kann es schon mal eng werden. Kein Problem, denkt sich Georgius Chrysidis. Dann stelle ich den Tisch eben genau vor, die Baustelle. Da läuft nun wirklich keiner lang. Tolle Idee, findet bestimmt auch das Ordnungsamt. Überhaupt nicht. Sondern? Überhaupt nicht. Sie waren sauer, sie waren ärgerlich. Und da musste ich sofort den Tisch wegnehmen. Und da saßen auch Gäste und die Gäste sollen dann auch weg. Ja, und das war auch richtig so. Denn Sie haben schon wieder gegen ein heiliges Kreuzberger Gehweggesetz verstoßen, Herr Chrysidis. Das Ordnungsamt selbst hat nachgemessen. Der Tisch steht weniger als einen Meter von der Bordsteinkante entfernt. Tischlein deckt dich, Esel, Ordnungsamt streckt dich. Und dann Knüppel aus dem Sack, Bußgeldbescheid, 600 Euro. Unser Tipp, Herr Chrysidis. Bedienen Sie Ihre Gäste doch einfach mitten auf der Straße. Dort gelten die goldenen Gehweg-Regeln nämlich nicht. Kreuzberger Gesetze. Es ist herrlich. Es ist einfach herrlich. Gehweg-Vorstreckung. Was für ein herrliches Wort. Ich bin ja passionierte Scrabble-Spielerin und Glücksrat-Zuschauerin. Und bei dem Wort da kribbelt und scribbelt es bei mir. Ich sag's nicht. Es gibt ja in der Amtssprache so tolle Wörter. Wissen Sie, was eine bedarfsgesteuerte Fußgängerfurt ist? Eine Ampel oder ein deichselgeführtes Flurförderzeug, ein Hubwagen oder eine Abstandseinhaltungs-Erfassungs-Vorrichtung. Ein Querstreifen auf der Autobahn. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich ginge mit einem deichselgeführten Flurförderzeug über eine Gehweg-Vorstreckung zu einer bedarfsgesteuerten Fußgängerfurt in Richtung der Abstandseinhaltungs-Erfassungs-Vorrichtung. Man könnte auch sagen, die Alte läuft mit dem Bollerwagen mitten über die Straße. Aber warum sollte man es so einfach machen, wenn es auch umständlich geht? Im badischen Neckartal haben sie sich genau das auch auf die Fahnen geschrieben, beziehungsweise auf ein Umleitungsschild. Und unser Platz 1 von Gabi Mönch und Jens Barkhorn. Carlo Heckmann ist ein erfahrener Taxifahrer. Fast jeden Tag fährt er durch Schönau im Odenwald. Aber dieses Umleitungsschild hat er noch immer nicht so richtig verstanden. Wahnsinn. Ja, wahnsinnig viel steht da drauf. Man ist ja innerhalb von ein paar Sekunden an dem Schild vorbeigefahren und man kann so viele Schriftzüge und Worte und dann noch Richtungspfeile überhaupt nicht wahrnehmen. Da haben sich die Behörden aber bestimmt was bei gedacht. Mit dem Schild möchten wir unsere Verkehrsteilnehmer umfassend informieren. Ja, eben. Schade nur, dass diese umfassende Information nicht so gut ankommt. Chaos-Schild, würde ich sagen. Sie ist ein Wirrwarr. Ein Schildbürgerstreich. Okay, also wenn Sie dieses simple Umleitungsschild nicht verstehen, dann fragen Sie in der Tankstelle nebenan nach. Da hilft man gern. Die Leute fragen uns immer, wo geht's lang? Wo kommt man nach Weinheim? Wo kommt man nach Heidelberg? Wir helfen den Kunden, dass sie weiterkommen. Och, dabei haben sich so viele Behörden so viel Mühe gegeben. Das war die Idee von Straßenbauverwaltung, Polizei und Verkehrsbehörde. Und trotzdem haben sie noch was vergessen. Oben steht empfohlene Umleitung HD, HD für Heidelberg. Aber Heidelberg taugt aus dem Schild gar nicht mehr auf. Das wäre nämlich hier. Oh, stimmt. Ja, und warum fehlt das da, Herr Kraus? Wahrscheinlich hat da dann irgendeiner gesagt, Mensch, wir möchten das Schild nicht überfrachten. Ach so, natürlich, bloß nicht überfrachten. Sonst hätte man bei diesem Schild wirklich überhalb von mir. Liebe Leute, Sie müssen da nicht mehr hinfahren. Das Schild ist vor ein paar Tagen abgebaut worden. Keine Ahnung, warum. Aber ich habe für Sie noch einmal alle Informationen auf diesem Schild in einem Lied zusammengefasst. Vielleicht kennen Sie die Melodie. Das Lied ist fast 30 Jahre alt. Und gefühlt braucht man genauso lange, um nach Heidelberg zu kommen, wenn man diesem Schild folgt. Jeden Tag sitz' ich in Schönau und ich will nach Heidelberg. Ich steh' kurz vor Ziegelhausen, meine Nerven liegen blank. Diese Ausweichstrecke, da vergehen wir hören und sehen. Das Schild will ich niedermähen. Manchmal rieche ich schon Schriesheim und ein bisschen kleingemünnt. Wenn ein Trecker vor mir herfährt, der bis Heiligkreuz mich stört. Diese Scheiß-Umleitung wird nie zu Ende gehen. Ich werd' Heidelberg nie sehen. Oh, ich hab' solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Ich wollt' niemals nach Alt-Neudorf. Und ich hasse Wilhelmsfeld. Oh, ich hab' solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Sieh' nicht auch? Ich fahr streng nach diesem Schilde. Allein ich komm' niemals an. Was will ich auch in Heidelberg? Da hält die Zweite ein Liederblitz zackt im Medienmagazin. Und nun kommt Christian Ehring im Ersten. Das neue Extra-Drei-Buch Deutschland, der reale Irrsinn ist überall. Ab sofort im Handel und unter ndr-shop.de erhältlich.